Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinde ich mich hier im Folientunnel und den habe ich mir vor fünf Jahren mit dem Beginn meines Permakultur-Projektes angeschafft. Damals hatte ich noch ein anderes Grundstück noch zur Verfügung, da stand nämlich auch der Folientunnel. Und jetzt so nach diesen fünf Jahren möchte ich mal so kurz Revue passieren lassen, ob sich dieses Investment von circa 2000 Euro für diesen 16 Meter langen Tunnel gelohnt hat, welche Vor- und Nachteile so ein Folientunnel bzw. Gewächshaus auch hat und wie Folientunnel und Gewächshäuser aus meiner Ansicht in die Permakultur auch mit integriert werden können. Dann beginne ich erstmal mit den Nachteilen eines Folientunnels bzw. eines Gewächshauses. Der erste Punkt ist ganz klar das Investment, also man muss schon einiges auf den Tisch legen, um sich solche Gewächshäuser auch leisten zu können. Beide, die wir haben, haben ungefähr 2000 Euro gekostet und zusätzlich hier noch bei dem Folientunnel sind dann nochmal so ein paar Nebensachen. Mit einkalkuliert werden beispielsweise die Drahtseile, um dort die Tomaten hochspannen zu können. Hier habe ich auch noch ein paar Netze für die Gurken und Melonen als Abgrenzung, die Tomatenhaken an sich, damit ich die Tomaten überhaupt hochleiten kann. Ich habe jetzt bei mir im Tunnel ungefähr immer so 100 bis 150 Tomaten an und so viele Tomatenhaken brauche ich auch dementsprechend. Ich habe sogar noch ein paar mehr für Gurken oder auch zum Melonen mal zum Aufbinden und da habe ich dann ungefähr so 200 bis 300 Euro in Tomatenhaken auch investiert. Dann noch die entsprechenden Seile, die da, das sind halt die ganzen Kosten, die da sich mit aufleppern. Eventuell noch ein automatisches Bewässerungssystem, wenn man sich den Luxus leisten möchte und auch wenn es dann im Sommer zu heiß wird und dass man für die Pflanzen zu stressig sein könnte, weil es in einem Tunnel hier auch 40 bis 45 Grad dann werden könnte, dass man hier so Schattierungsnetze sich auch mal zusätzlich mit anschafft. Das Teuerste an diesem Folientunnel ist die Folie an sich. Der hohe Preis dieser Folie ist auch richtig und wichtig, sofern auch die Qualität stimmt. Also zum Beispiel diese Folie hier wurde auch entsprechend auf eine Reißfestigkeit geprüft, auch dass sie zum Beispiel Hagel ziemlich gut abstecken kann bzw. dadurch nicht kaputt geht. Und weil die Folie das Teuerste von diesem ganzen Gewächshaus ist, ist es halt umso wichtiger auch darauf zu achten, dass sich hier keine Risse bilden. Und wenn dann Risse entstehen, dass die ja dann auch sofort zugeklebt werden, damit der Riss jetzt nicht überwindet oder sonst die Wettereinflüsse nochmal größer wird. Und dann hat man den Schlammer, so muss man sich eventuell eine neue Folie kaufen oder dann sehr große Flickarbeiten durchführen. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Und da schaut beim Aufbau von einem Folientunnel, dass ihr halt scharfe Kanten immer richtig abklebt. Das wird normalerweise in der Anleitung mit angegeben. Und dass ihr halt auch, wenn ihr zum Beispiel mit einem Messer rund habt oder spitze Gegenstände habt oder sonst irgendwas, ihr während dem Sommer im Tunnel arbeitet, dass ihr halt einfach darauf achtet, dass ihr die Sachen einfach von der Folie fernhaltet oder da nichts zu stark dagegen krempelt. Besonders ärgerlich ist, wenn die Folie Schaden nimmt und das außerhalb meines Einflussbereichs. Zum Beispiel nach Silvester habe ich bemerkt, dass ein Stock von einer Rakete sich senkrecht in den Tunnel mit reingebohrt hat und so halt von oben her ein Loch in meine Folie gemacht hat. Ist zwar ein kleines Loch, aber trotzdem wieder ärgerlich. Man muss halt für eine Bewässerung sorgen, weil es hier halt einfach nicht reinregelt. Und entweder man holt sich halt den Luxus und macht eine Selbstbewässerungsanlage, hat vielleicht eine Zisterne, wo man halt das Wasser abpumpen kann oder auch einen Brunnen. Und was ich halt zum Beispiel mache, ich nehme halt meine Wasserfässer, nehme eine Gießkanne oder einen Schlauch und pumpe halt hier das Wasser regelmäßig rein. Ein weiteres Problem ist halt, hier ist es ja in der Regel wärmer als im Außenbereich. Durch die zusätzliche Wärme und auch das schnellere Wachstum hier in einem Folientunnel bzw. im Gewächshaus brauchen die Pflanzen ja auch einiges mehr Wasser. Das heißt, man muss hier auch etwas regelmäßiger gießen als zum Beispiel im Freiland, sofern der Boden nicht so optimal aufgebaut ist. Damit ist es auch wichtig, dass eine ausreichende Luftzirkulation stattfindet. Von daher soll man halt immer schön die Türen offen lassen, damit es hier einerseits nicht zu warm wird bzw. zu heiß. Das hat mein Vater, wo ich mal unterwegs war, vergessen. Dann waren wir mal hier, wo beide Türen zu waren, auch beim Gewächshaus, 50 bis 60 Grad. Enormer Stress für die Pflanzen, da sind auch einige kaputt gegangen. Und da bildet sich noch Wasser unter der Folie und wenn in einem geschlossenen Raum es richtig heiß wird, noch Feuchtigkeit und das hat natürlich auch die Pilz- und Schimmelgefahr zusätzlich erhöht. Vor allem wenn es dann Richtung Herbst geht, so im Oktober und November, merkt man es einfach, dass man halt da regelmäßig aufmachen muss, weil es halt draußen kühler ist und im Tunnel etwas wärmer. Und dann merkt man halt, dass dann eher überall es feucht ist und das mögen dann die Tomaten auch nicht. Dann geht es auch schon bei denen im Gewächshaus dann zu Neige, wahrscheinlich auch wegen der Braunfolge. Im Sommer habe ich neben den beiden Türen, die offen sind, auch noch die Seiten hochgeklappt, damit ihr hier nochmal jetzt eine bessere Luftzirkulation durchkommt, damit diese warme, trockene Luft einfach nicht steht. Weil man in einem Gewächshaus dann schnell Probleme bekommen kann mit Spinnmilben zum Beispiel, hatte ich die letzten Jahre auch oft bei den Gurken. Aufgrund der Tatsache, weil es hier halt im Sommer richtig heiß ist und diese trockene Luft hat die Gurken ziemlich stresst und das halt ein perfektes Milieu für die Spinnmilben ist. Und da musst du mal dann genau das Gegenteil machen, die Luftfeuchtigkeit erhöhen, weil das ist dann eher so eine Klimazone, die die Spinnmilben zum Beispiel nicht so gerne mögen. Ein weiterer Grund, warum bei mir die Türen und die Seiten offen sind, ist auch wegen den Bestäubern. Die müssen ja auch irgendwie in den Tunnel mit reinkommen, damit sie hier zum Beispiel meine Tomaten, meine Gurken und andere Kulturen mit bestäuben können. Im Profibereich werden dann noch extra zusätzliche Bestäuber gekauft, zum Beispiel Hummeln und die stellt man sich dann hier direkt in den Folientunnel mit rein, damit sie halt dann hier permanent die Aufgaben erfüllen können. Hummeln sind optimal für die Bestäubung von Tomaten zum Beispiel. Was ich im Tunnel sehr gerne mache, ist noch andere Blühpflanzen für die Wildbienen mit anzubauen, wie beispielsweise Borritsch, Sonnenblumen oder auch Targetis. Leider passiert es sehr oft, dass hier einige Insekten sterben, weil sie nicht genau wissen, wie sie aus dem Tunnel wieder rauskommen. Die fliegen dann immer gegen die Wände an die Decke herum, zum Beispiel Schmetterlinge und Bienen und merken halt dann einfach nicht mehr, wo sie halt reingekommen sind und sterben halt dann leider vor Erschöpfung. Und der letzte Punkt, der ein entspanntes und ruhiges Gärtnern verhindert ist, wenn es regnet. Selbst kleines Nieseln ist hier richtig laut, wenn es mal richtig stürmisch ist, dann versteht man hier wirklich gar nichts mehr. Bei starken Regenfällen denkt man halt, die Welt würde untergehen. Für den Auffall von so einem monströsen Tunnel braucht man mindestens zwei Personen, schon alleine, um die Folie halt richtig und ordentlich überzustülpen. Die ist halt so riesig und auch so schwer, das geht alleine gar nicht. Also je mehr, desto besser. Also wir haben damals ungefähr einen Tag gebraucht, um den Tunnel aufzubauen, da waren wir drei Leute. Dann kommen wir nun zu den Vorteilen von den Gewächsschallern. Und ganz klar Nummer eins, man hat einfach eine vorzeitige und auch eine längere Ernte. Beispielsweise setze ich meine Tomaten schon bereits in April hier in den Tunnel rein, wenn es dann mal so ein bis zwei Grad Außentemperatur minus hat. Dann lege ich zum Beispiel hier eine Folie oder ein Fließ drüber, das überleben sie dann auch. Und je nach Witterung und Pflege kann ich ungefähr zwei bis drei Wochen vorher die ersten Tomaten ernten. Und das geht dann meistens so bis in den November hinein. Letztes Jahr war zum Beispiel ein super Tomaten, weil dann habe ich ungefähr 600 bis 750 Kilo Tomaten in dem Jahr ernten können. Gurken konnte ich ungefähr 50 bis 100 Kilo ernten, aber da weiß ich es nicht mehr ganz genau. Und bei den Paprika und Auberginen war es halt dann zu trocken, da bin ich auch mit dem Gießen nicht mehr hinterher gekommen. Da war die Ernte eher nicht so optimal. Der eine Nachteil, dass es hier nicht reinregnet, ist ja optimal für die Tomaten. So ist halt die Wahrscheinlichkeit und die Chance, dass sich dann viel schneller am Braun- und Krautfallerkrankten nochmal zusätzlich verringert. Als Nachkultur von den Gurken, Tomaten, Melonen, die ich hier im Sommer anbaue, kommt dann sowas wie Salat oder Feldsalat mit hier in den Tunnel rein. Die wachsen dann nochmal vorzeitig und schneller. Die kann ich dann hier im Oktober ausdehnen oder manchmal auch im November zum Beispiel den Salat setzen. Zum Beispiel diesen einen Kopfsalat, der dann über den Winter durchwächst. Außen im Freienland wäre die Wahrscheinlichkeit einfach viel zu groß, dass dieser Salat wegschimmeln würde aufgrund dieser erhöhten Feuchtigkeit. Und auch wenn da nochmal Schnee oben drauf liegt, dass er halt einfach dann dadurch platt geht. Wenn der Tunnel komplett abgedichtet ist, dann wird er zum Beispiel auch im Profi-Anbau, wo wir ihn dann nochmal zusätzlich beheizen, hier für die Voranzucht genommen, weil er dann hier nochmal platzspanender ist. Man kann hier dann viel mehr Pflanzen aufstellen, hier Regale reinstellen. Und zum Beispiel hier auf 16 Meter könnte man dann sehr viele Jungpflanzen hinstellen, die man dann später, wenn man eine viel größere Fläche hat oder auch Jungpflanzen verkaufen kann, einfach eine große Menge die Voranzucht betreiben und hat auch dementsprechend einfacher. Allerdings ist dieser Folientunnel ja auch kein fester Folientunnel mit Fundament, sondern das ist ein Bewegfolientunnel mit Erdankern. Das heißt, ich kann ihn auch zum Beispiel abbauen und in der neuen Saison irgendwo anders hinstellen, was für mich ein viel besserer Vorteil ist, weil er dann zusätzlich flexibler ist. Man kann dann auch zum Beispiel, wenn man eine größere Fläche hat, die eine Fläche erstmal schon eine Ruhepause geben und dann zum Beispiel bessere Nachkulturen für ein Jahr machen und den Tunnel dann woanders hinstellen, wo man dann zum Beispiel eine vorbereitete Erde für die entsprechenden Kulturen hat. Außerdem braucht man jetzt für diesen Folientunnel, für den Bewegfolientunnel, keine Baugenehmigung, weil ich ja kein Fundament gießen muss. Und weil hier gerade die Sonne so schön reinscheint, also im Winter ist es hier dann doch so 10 bis 15 Grad, ist es richtig schön warm, da macht es auch einfach mal Bock, sich hier in den Tunnel reinzulegen und einfach mal die Sonne so zu genießen. Dann kommen wir mal zu einer permakulturellen Einordnung von Folientunneln und Gewächsschalen. Aber es gibt ja einige Leute, die sehen das sehr kritisch, dass man sich zum Beispiel Gewächsschäuser oder Folientunneln holt aufgrund des Plastiks. Das ist auch verständlich, wir haben hier auf unserem Planeten bzw. auf unserer Erde ein ziemlich starkes Plastikproblem. Mehrere sind ja auch zum Teil überflutet. Oder das Plastikmeer in Spanien zum Beispiel bei den ganzen Gewächshäusern ist eine reinste Katastrophe. Allerdings muss man hier sagen, dass man hier eine sehr große Menge Obst und Gemüse anbauen kann und da nicht nur seine eigene Familie damit zum Beispiel auch versorgen kann, sondern auch seine Freunden und Nachbarn hier mit regionalem Obst und Gemüse versorgen kann, wodurch man auch ein Stück unabhängiger vom Supermarkt wird und hier die ganzen Transportwege von zum Beispiel den Niederlanden oder Spanien und Italien eingestrichen werden und die katastrophalen Anbaumethoden zum Beispiel in den Gewächshäusern von Spanien werden dann auch nicht mehr zusätzlich unterstützt. Zusätzlich ist auch das Gemüse, was hier angebaut wird in dem Tunnel, um einiges gesünder als das alles, was man im Supermarkt findet. Dadurch weniger krank, weniger abhängig von Medikamenten oder auch der Pharmaindustrie. Und das Plastikproblem können wir auch mit Pilzen und Bakterien lösen. Da gibt es auch schon Forschungen in die Richtung, wo Pilze zum Beispiel Plastik zersetzen können. Und zum Abschluss der wichtigste Punkt von allen, schaut auf die entsprechende Qualität. Auch wenn es mehr kostet, ist es einfach das Geld wert. Meine Eltern haben, bevor sie ihr Gewächshaus gekauft haben oder auch diesen Folientunnel, immer vom Discounter solche, keine Ahnung was das für Gewächshaus war mit dieser grünen Folie und die waren nach einer Saison entweder komplett kaputt. Für dieses Video konnte ich euch einen Mehrwert geben, wenn ihr auch abwägen möchtet, ob ihr euch ein Gewächshaus oder einen Folientunnel für euren Garten anschaffen möchtet oder auch nicht. Falls ihr ja, freue ich mich gerne, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Gerne auch etwas in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein Gewächshaus oder ein Folientunnel habt. Welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und sonst auch gerne in den Kanal kostenlos abonnieren und dabei auch auf die Glocke drücken. Sonst kann ich nur jedem empfehlen, mal auf meiner Webseite vorbeizuschauen, um halt hier auf meiner Arbeit nochmal zusätzliche Infos zu bekommen. Meine Social Media Kanäle. Und auf meiner Webseite findet ihr auch zum Beispiel Kursangebote, Coachings, Saatgutlisten, Mein Shop, alles mögliche. Auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten, damit ich hier auch unabhängig weiterhin für euch Videos produzieren kann. Zum Beispiel, wie ihr zu einem faulen Gärtner werdet und hier auch euren eigenen Superboden aufbauen könnt und hier einfach viel mehr Spaß im Garten haben könnt. Von der Aussaat bis zur Ernt. Da werde ich euch auch in der Endkarte verlinken. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.